so herzlich willkommen zum nächsten let's play von marcarina of time und ja ich würde sagen in dem part mache ich mich direkt auf dem weg zu dodongos höhle wir haben den auftrag die hülle zu säubern damit die grohnen schön fein und lecker ihre schmackhaften steinchen nuckeln essen und weiß ich nicht was damit auch alles zu treiben machen können ich stehe hier um den donnerblumen schatten zu spenden möchtest du mich etwas fragen über die donnerblumen das ist nichts wichtiges ein wunder der natur die donnerblume vorsicht nicht pflücken ja das stimmt denn sie explodiert man hat ja gesehen der grunde versucht ja die ganze zeit den ganzen weg dahin zu rollen um diese hörst du mal auf mich von der seite an zu ohren so aber wir sehen hier unten ist ja schon die donga höhle da fragt man sich warum haben die grund denn ich einfach das gemacht was ich jetzt tun werde einfach dieses dinge ist die pflücke in diese blümchen und dann einfach hier rüber schmalt ich glaube das war ach genau richtig schon ist die höhle offen und die abkürzung ja ich überprüf mal ob ich vielleicht weil man sieht schon was da drüben liegt die möchten wir auch gerne mitnehmen vielleicht schaffe ich es auch nicht doch noch geschafft wie gut brauchen wir sie uns nicht später mit ein kassieren dann haben wir die sich jetzt schon im besitz jetzt gehe mal hier das hier dachte ich jetzt nicht großartig wie gesagt und bewegen uns dann richtung bodongos höhle die sich hier befindet aber wir müssen viel mit donnerblumen hier umhantieren denn die sind jetzt die zeit unsere bomben hier erblicken wir sie die höhle vom bodongo sieht ja auch deswegen auch hier diese wenn wir mal diese große riesenbanddego da kopf eines dodongos und ja dodongos sah man in den alten zeller games glaube ich ich überlege gerade ich glaube bei linken der pass war es nicht so war er in den ganz alten zeller eine nes teil huch das schreckt mich doch nicht so es wären hier jede menge lava gehoben pass auf wo du hintrittst ja ich wäre jetzt auch gerne dahin gegangen aber du hast mich ja jetzt unterbrochen den da vorsicht vor strahlend zekloppen achte auf den tödlichen strahl benutze am besten eine explosive distanz war vorher habe ich aber gerade zur zeit nicht und ja das sind die dinge wie bei link to the past faring laser also bei uns da wollte ich wollte ich jetzt echt dahin weil sie jetzt gar nicht und jetzt die richtige richtung oder war jetzt oder was wenn kann man jetzt eh nix hier machen denke ich mal ich bin auf die falsche richtung war ich gegangen deswegen kann ich jetzt mal eben schnell dahin ja 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 das war die richtige seite müssen erstmal komme ich nicht mal um diese strahlen zu kloppen da der geht mir auf den nerv ich werde ich gerade die ganze zeit konnte man die auch dabei ist der linke der person mit bomben sprengen naja ich glaube das werde ich glaube ich will das erste leider nicht mehr raus sind weil ich habe mich ja von linken der press der verabschiedet wir fangen jetzt wir wandern immer weiter weiter und soll können wir nicht viel mitmachen leider nicht leider nicht leider nicht das soll das jetzt nicht stören und sprich uns abhalten vor unseren wegen das sprengen war in die luft um und der weg ist offen und ich muss mal eben verdammte axt warum werde ich jetzt wieder anrufen damit so verzeihung ja ich liebe es immer dann anrufe zu kriegen immer dann werde ich aufnehmen und so verdammt normal so das ist ein baby todongo a baby todongo vorsicht er sprengt dich an hast du die bezogen explodiert er spoiler explodiert mich sehr gerne ein hieb schon ist er weggesiebt wie auch immer paro bietchen hermeldig aber immer gebrauchen ja was die na wie ich damit sagen will hier oben ja können wir damit nichts machen noch das wir brauchen noch was weil man hört schon was da oben sich befindet aber wir kommen in dem zustand doch nicht dahin deswegen ignoriert das zu holen denn das schafft ihr jetzt nicht auf wird man so ach cool ich habe mir die wand in luft gejagt hier da kommen wir mal kurz rein look kennen und aber findet sich natürlich alles kaltula erstmal haben wir noch die dämlichen wie klicken flatter viecher eben weg ich habe auch immer weg dann haben wir nämlich die skaltula da kommen natürlich jetzt nicht ran aber ein bisschen gutes zielen gedrückt halten und an kein angepassten rückwärtssalto kommen wir da dran aber wieder ein paar babys legen wir alle weg wo wir uns gerade so machen das war station so was auch kaputt weil mir danach ist auch eine rubin 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 nehmen wir alle mit alle meins alle meins wenn es so rumliegt schlotz kann ich es mitnehmen also ich habe ja gerade hier dieser schalter hier ist was spezielles nicht nur weil er jetzt blau geworden ist sondern auch der symbolisiert uns damit auch politik öffnet sich aber wenn wir da runter gehen ja und da wäre auch wird auch dieses spiel nicht existieren ein somoria stapel zur verfügung haben müssen wir halt aktionen was darauf zu stellen machen also ein block haben wir ja leider nicht deswegen immer diese eklige hässliche statue hier schieben sie da drauf und der weg bleibt uns offen noch ein stückchen draufstellen so sieht es ein bisschen besser aus wenn es ein bisschen mittig ist die erledigen wir einfach mit der lego schleuder weg ist die fehlschleuder hier ist eine fehlschleuder jetzt fragt mich mal welche fehl mit einer steinschleuder rumwirbelt naja spiellogik wollen wir gar nicht hinterfragen jetzt ne hier kommen unsere ersten schwertartigen gegner ein exodus das wird ein ja sagen wir so unser erster kampf mit schwert und schild vernünftig anzusetzen ist doch ganz leicht warten bis er zuschlägt wenn ich meine echte attacke machen sagt da hat er keinen bock mehr wir bleiben stehen weil er sagt kollege der tut mir weh dann sagt er was machst du mit meinem bruder ich komme jetzt darüber sag aufpassen er kann auch manchmal so ein ganz gemein sprung über der machen das machen die auch nicht manchmal gerne bruder der ist zu stark für mich macht du doch lieber aber ich hab doch egal die weiter sagt uns über attacke klärt wieder hier was du dir da hinten kommst du er sagt wer meint sich durch den buch meint sich nämlich da man nämlich auch manchmal sehr gerne und da war ich jetzt nicht auf der richtigen position um diesen hieb leider abzuwehren deswegen habe ich den hieb jetzt noch in kauf genommen ist aber nicht schlimm wir haben ja seine robin macht sich immer vom acker schade egal dann treffe ich trete ich mich auf die laba drumherum vor mir jetzt gleich die nächsten da wieder runterfallen schmeiße ich einfach da hin die müssen ein paar herzen droppen ja ist gut alles heile ab durch das tor die wand wollen wir eigentlich gar nicht beachten noch nicht obwohl wir sind neugierig und schauen deswegen nochmal nach machen wir uns den weg frei mit der donnerblume und man hört schon hinter uns so ein bisschen was leicht rumtrampeln ach nur ein deko kerl und deko händler und so weiter bei mir die go starb und er verfeift sich doch aber man muss auch so sagen da gibt doch so kleinen hinweis dass wir jetzt glaube ich hier gebrauchen werden aber erst mal haben wir hier diesen ekligen großen der dongle da der dongle greift an achte aus seinen folgen atem zum kampf am besten ja die anvisierung so einfach hinten dann auf der taylor dann schwinzchen drauf packen und bloß nicht von einem feuer erwischen lassen das ist uncool so warte mal ach come on ach come on was so weit weg haben wir den ersten schon mal erledigt oh 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 Indian dabei hieß das denn verbunden kisholash ich mache mir eine sache neugierig lalalala hat dir doch doch auch Pence erfressen okay never mind ist dann zweit genug ja bis sie habe ich schon da mache ich nämlich mehr der mensch und doch schneller k.o. aufpassen wie gesagt explodieren den weg jetzt muss ich mich um den da kümmern wie schnell ging der jetzt platt okay das hat mich jetzt verwirrt habe ich vielleicht einen kritischen treffer hier gelandet war schon sehr effektiv wir nehmen uns jetzt hier ein degostapel zur hand dafür müssen wir mal kurz da hinten hinlaufen weil da ist die einzig lodernde flamme hier in dem räumchen das renne mal geben los und schaffen noch rechtzeitig eine fackel erwischen in der deko schabert fackel ist mir gleich auch bewusst weil wie gesagt kann sie ja weg tun so los brenn weg brenn weg hallo so wartest du renn weg na also danke auf jeden keer gefahren die 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 dann mal kurz sehen gegoo hinter einem austorn gehen hier ist ein digan reicher laubge erreich erlaubt her als wies indigo entler punkt dass wir das geben danke feiftig papier abgeschlossen ist sie geht in das spiel bis jetzt leide ich jeden weil manche hatten ja gesagt ich habe schon auf die dongos leben wieder aber egal immer dieser trieb lalala ja doch ich bleibe jetzt hier kommt und sagt hab dich du bist ja dann sagt wird man doch wieder erwischt haben wir vorerst die gänge zu uns abgeschlossen vorerst vorerst ali hallo schnell darüber sagt erstmal hier den da weg sprengen warum ich das jetzt mache als augen kleinen grund einmal durch genau ich glaube hier war die karte meine ich da haben wir sie auch wunderbar ach du kleiner jetzt in die regel schild verkaufe nein das verstehe besser warum soll die geschild verkaufen wollen weil da habe ich doch hier besitze ich der deko schild ist heilig noch da gehen wir noch gibt es sicherlich noch etwas besonderes zu erledigen aber erstmal lege ich hier die donnerblume hin weil wir wollen ja diese wand hier wieder weg sprengen moment kurz ich habe gerade gehorcht also falls ihr gerade mit einer aufnahme vielleicht ein ding haben solltet das war nicht bei euch nur so ne weil das bin ich das ist bei mir gerade weil ich mir gerade nur essen hinsichtlich noch mache also frühstück gerade ich war ganz kurz hier über den schweiß weil hier ist ein oh shit ja das ist ein armusritter ja erinnert euch noch an die hässlichen armusritter damals aus link to the past ja hier sind sie wieder so störe ihn ich glaube die kann ich auch nicht mit schild besitzen oder aber ich kann sie auch dafür die täuben ja die deko luste kann manchmal auch immer wieder hilfreich sein das ist die sache sehr erleichtern apropos erleichtern wir nutzen jetzt mal kurz in dieser truhe hier und was befindet sich hier besonderes ja ja ist es der deko schatz nein ist der kompass äh 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 insofern wissen wir schon mal wo wir die thronen hier sind in diesem spiel wir werden leider glaube ich im moment nicht ich glaube jetzt gerade nicht dass wir alle thronen erstmal kriegen werden jetzt hier glaube ich erst später so jetzt muss ich einmal den hier machen und ich hoffe ich habe dem gut mit dich gesetzt ich glaube nicht ah doch erwischt denn hier muss man alle die dongo blumen äh die dongo ich meine donnerblumen gleichzeitig explodieren lassen hintereinander na wie sagt uns das ja später eigentlich auch ich kann es euch auch mal gerne mal zeigen Moment hier ich glaube irgendwo hier muss man hier stehen na jetzt sagt sie es nicht oder sagt sie es doch noch nicht mehr gut also sagt sie es ja wow es steht immer diese ganzen donnerblumen an meinst du kannst sie alle auf einmal anzünden so hat noch schon die drohung hier irgendwo so da haben wir wieder ja da sind ja da kommen wir auch noch nicht ran da müssen wir uns noch in geduld üben die so sagen würde er sagt hat sie mal glaube ich konnte immer in geduld üben die skatula wo können wir uns holen die natürlich auch ja einmal so zack können wir die uns mal eben mitnehmen dann haben wir das nämlich auch schon mal mehr oder weniger so jetzt wird es ein bisschen brenzlig weil hier seht ihr haben wir nämlich flammende Fehrmäuse und das ist sehr uncool weil die wenn sie uns berühren machen unsere Dekoschette nämlich kaputt weil unser Dekoschette ja aus Holz besteht und Holz und Feuer ne nicht so cool deswegen können wir sie schnell von den Himmel holen ja sonst ist es Ende in der Wende so ähm ich glaube oh shit weg mit dir na Deckhogen wer explodiert was haben wir noch hier wow 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 ist ja gut glatt nochmal locker ja ist ok du Killer weg mit dir weg mit dir hin fort mit dir du auch ne du natürlich nicht ok dann würde ich mal sagen gehen wir jetzt hier ganz locker hoch das ist ja zurück ein Schalter der den wir nicht gedrückt halten müssen weil der bleibt wir können es dann wieder auf zum nächsten Raum machen da 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 kommt hier hin verdammt das war jetzt doof wieder aus nacht kommt schon auch kaum schon der war auch was kommen schon aber gut dann ist er uns jetzt nicht im weg und so und macht uns ärger können ganz normal hier hingehen wir hatten schon das ging ja nicht so cool war ihr seht ihr auch wieder vertraute dinge aus diesen schmalen gang weiß man nie was sich hinter der nächsten ecke befindet das stimmt blablabla ja na wie praktisch nicht wahr ja praktisch dieses backseat gaming das ist das zu uns rüber kommen wir da doch durch ne warte mal oder kann ich mich hinauf springen ok einmal kurz herunter fallen lassen ich nehme das herzen gerne mit für ein herzen an der seele so da brauchen wir uns den weg sparen das müsste ich glaube ich hier hoch können diese ecke genau so hier gibt es glaube ich rubin oder 20er rubin schön jetzt ist hier timing gefragt mit der donnerblume warten bis sie anfängt will zu pochen ab da schmeißen genau jetzt ich habe sie sogar so hingebaut hat sie sich genau dahin gepflanzt hat das ist auch cool hier sind nur gräser und grasen nichts wichtiges gerade so dann nehmen wir uns dieses auge vor schießt ins auge kleiner und gehen weiter passen dongos wieder babys kommen wollte ich eine wille attacke machen böses baby jetzt meine gültige wiege gelegt man hört auch schon der schalter geht nach einiger zeit hier zurück und dann haben wir wieder die flammensäule deswegen keine zeit vertreibung auf die die kommen mit acht schalter und dann können wir umschauen das ist keine gute idee ja passen genau deswegen Wow. Hi. Freue mich doch. Was machen wir hier so, diesen epischen Fight auf der Brücke? Ja, und checkt ab. Oh, lol. Ich hab sein Kollegen getroffen dafür. Ach, der ist unverwundbar, ne? Aber auch nicht. Auch einfach zack, 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 zack. Sprengen, Kollenfreund. Sprengen, 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 sprengen. Ups. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, und wer kommt denn jetzt von euch beiden? Komm her. Oh, jetzt hast du da. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Du bist doch mal eng hier, zack. Das war's. Mal ein bisschen meine Späße, die er mal erlaubt. So, haben wir das auch geklärt? Muss ich dir runterfallen? Kann ich nämlich den ganzen Weg wieder neu machen, da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne, doch nicht. Dacht ihr schon, hä? Deja vu? Nein, kein Deja vu. Denn hier, kleiner Unterschied euch so, mal so vermerkt. Ups, ein bisschen zu hoch. Wir sind niedrig. Hä? So. Ach na, wie ich dachte, wie siehst du mich an? So, jetzt aber schnell. Vor mir gleich die Flamme soll ich hier auf meinem Platz hier auftauchen, sonst wird mir zwar ein bisschen warm, aber wenn mir zu warm wird, für mich persönlich. So, das können wir hier rüberhüpfen. Und dann erblicken wir rechts, diese Truhe. Da, diese Truhe da. Ne, gerne. Da. Oho. Das muss wohl der Schatz der Dodongo-Höhle sein. Und es ist... Tada, es ist die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Darin findest du 20 Bomben. Du kannst die Bomben auf... Um hinter das Set wegzusprengen. Das ist bombig. Ja, wir haben eigentlich die Bomben in den Scylla Games bekommen. Und auch mal Zeit. Oho. Genau, Link. Oho. Du sagst es. So. Ah, 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 ah. Was ist das hier? Ja, perab. Lesen. Der riesige Schädel. Leuchtend seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Damit haben wir schon mal einen Hinweis gekriegt. Erstmal drücke ich hier auf diesen Schalter. Dann haben wir nämlich jetzt so eine Abkürzung. Falls wir hier runter plumpsen, müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg nochmal neu rennen. Und ich sehe gerade, ich habe voll meine Digo-Kenner auch weggespammt. Hoppala. Egal. Könnte aber passieren. So. Die Augen leuchten zu bringen, müssen wir einfach hier diese Bombe fallen lassen. Oder auch nicht. Scheiße. Oder falsche. Ach, hat doch noch gezählt. Okay, never mind. Dann ist das auch gut. Und das war, wenn wir hier runter plumpsen. Das Auge. Ich spring schon mal darüber. Und here we go. Der neue Weg. Könnt ihr ja jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Aber der Part ist noch nicht abgeschlossen. Das sehen wir dann auch ein langer Part heute für euch, liebe Leute. Freut euch. Und dann lasse ich mich hier runter plumpsen. Au. 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 Blöder. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die euch auch schon seit Kling to the past gehasst habe? Ja, habe ich. Auch mit den komischen Dingen. Der kickt dann von mir zurück. Aber doppelt und dreifach. Pläder. Pläder. Pläder zu kloppen. Au. Da, nimm. Ha, was hast du jetzt davon? so gehen wir jetzt hier hinein was erwartet uns hier schlimmen verdacht immer wenn du kein flatter mehr hörst kannst damit rechnet sie eventuell mit sturzanflug auf euch zu gerannt kommen das macht sich gerade wenn sie nicht mehr flattern kannst damit rechnen hat sie angesaußt kommen da decken sturzflug auf euch man sieht ja der boss ist schon nicht mehr fern von uns aber wir müssen aber erstmal einen kleinen umweg wieder machen deswegen laufen wir ganz gespannt hier lang ich will es mich erstmal nicht von diesen ekelhaften erstmal dich jetzt eigentlich eigentlich wollte ich dich kurz nach rechts ein bisschen danke geht doch ach guck mal warte mal warte mal warte mal warte mal jetzt hätte fast fast das vergessen erst mal schiebe ich mir den stein hier hin ein stückchen genau genau gerade wollen wir doch nicht da war jetzt das war jetzt mein fehler entschuldigt ich habe da jetzt was durcheinander gewirbelt in der schnelle gerade wo ist die feen vier gesinnt gesehen aussieht das link ja wirklich versperren nein will ich nicht mehr die phase 1 mit mir geworden 1 2 3 vorsichtig kommen extrem bisschen schneller als die todongoblumen also warum sage ich nicht die todongoblumen die tonner blumen nicht die tonner blumen die tonner blumen herrje aber so ach ich muss man es betäuben dann ernst jetzt gut was mache ich weiß mal was ganz lustiges dann verklopfe ich dich mit dem stock ok wir brauchen jetzt gleich die bomben weil es ist halt immer so dem spiel dass du hier gleich abgefackelt wirst sopala ach man ich muss mich noch ungewohnt mit den ähm diese verdammten rödenfehlschleuder äh mein controller der der analog stick ist echt im arsch bei mir naja all die jahre ne bist du halt ausgeleiert kommt wenn man so viel mario party zockt dann diese bowser die stauzinger machst ne dann leitet der controller halt schnell aus ne weil ich bin ja froh dass der wenigstens noch hinkriegt den kreis zum machen ich bin grad ein bisschen mürrisch weil ich ja grad kein flatterer mehr hören da krieg ich so leichte paranoia so von einem abstürzenden flattermann der brennt weil ich denke es ist batman na toll jetzt hat er sich natürlich so verkrümmelt dieser blöder flattermann aber i can still aiming noch und dann einmal da hoch zack und dann haben wir noch die fehlmetz weil jetzt nicht alleine hier dieser fürchterlichen höhle da erleben muss der grauenfolge machen wir hier nicht nein nein kaputt ging noch mal ein paar bomben vorsicht hier sind wir die flatter männer wieder aktiv ach verdammt heute klappt das nicht so wie ich jetzt hoffe wie seitdem ich ja analog sich halt nicht so will wie ich will sie macht das jetzt gerade ein bisschen die lage schwierig aber da wir kriegen es hin da kannst du was schön knick mein lieber freund und damit mal kurz mal hier um mal wieder den block lieber schieben mal ziehen was sieht wie komisch aus weiter schieb weiter schieb weiter und noch ein bisschen und noch ein ruck und jetzt noch einen da drin befindet sich einfach ein blauer schalter hier drin ne der ne haben wir ja schon erwähnt blauen schalter sind schalter die nur unten bleiben wenn gewicht drauf ist ich muss jetzt in ja komische boss raum hier wo kein boss irgendwie so sein scheint aber uns zählt hier diese plattform hier auf darum setzen wir jetzt hier eine bombe drauf und gehen schon mal ganz nett zu der truhe dahinten bomben weil das ja eine anspielung ist weil wir bomben jetzt hier brauchen werden dann lassen wir uns hier runter plumpsen und meine damen und herren darf ich vorstellen den boss dieses dungeons und der ist sehr schlecht gelaunt ja das ist könig der dongo wirf den fifa etwas explosives in den rachen und schlag ihn mit deinem schwert auf die nase und dann gehen wir schnell entdeckung aber du wirst uns nicht von denen da in die grube schuppen einfach hier stehen bleiben dann passiert euch nichts ähm ich bin hier übrigens ähm ich bin hier übrigens ok ich bin hier schön auf die nase mit dem hechtsprung machen wir guten schaden raus ich hoffe er dreht sich jetzt zu uns wieder natürlich macht er wieder nicht dieser dricks dummer könig er geht lieber weg rollen wir sehen können uns da unsere teilschen denken you see me rollen they hating aber sonst ist es nicht großartig abhalten ihm wieder eine bombe in den rachen zu werfen und goodbye das ist das ende von könig der dongo das ist das ende von könig der dongo dadurch hat sich halt jetzt diese lava grube dadurch festgetrocknet unser herz und da wieder ein herz mehr wunderbar deine energie wird aufgefüllt wunderschön so ähm gut hier haben wir nichts mehr weiteres und verkrömmeln uns und verkrömmeln uns hinaus hinaus hallo was ist hier los sind hier alle hoch ähm Doronia ich bin es Doronia du hast deine Prüfung bestanden dank dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen welch aufregendes Abenteuer es liefert Stoff für eine Legende noch immer kann ich nicht glauben dass die dodongos die wir für ausgestorben hielten in so große Anzahl zurückkehrten und der Fels und der Fels der den Eingang der Höhle versperrte und der Fels der den Eingang der Höhle versperrte für all dies war Gennendorf der Gerudo König verantwortlich er sprach gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen du hast dein Leben für uns riskiert ich mag dich kleiner was hältst du davon wenn du und ich Blutsbrüder werden keine Angst keine große Feier den dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich ich kann zaubern schau her und da haben wir den nächsten heiligen Stein der GORONENOPAL von den GORONEN wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben eine große Ehre Blutsbrüderschaft mit einem GORONEN zu schließen du besitzt nun zwei heilige Steine suche nach dem dritten Brüder du sollst es stets daran denken deine Kräfte zu erhöhen die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei Freunde lass uns unseren Bruder verabschieden äh wie jetzt mit was wie was meine Hochachtung lass mich dich in die Arme nehmen Aaaaaaah Hilfe sie kommen gut aber in der Zeit würde ich sagen machen wir jetzt hier einen Cut und den nächsten Part wird unser Ziel sein nach oben zum Todeswerk zu kommen bis denn liebe Leute und bis Enough bei 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 Untertitelung des ZDF, 2020